Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Call for the Ghost. Ist so eine Weile her, dass eine Folge gekommen ist, aber der Flo war eine Weile nicht mehr bei mir und ich hatte auch kein Gold, also konnte ich auch nicht online aufnehmen und wir spielen wieder gegen Bots. Ja moin, ich habe dir meine Hand angeguckt, deine Hand ist interessant. Die macht coole Sachen. Ja und wir starten. Die macht immer noch coole Sachen. Ist ja nicht so, als würdest du sie steuern. Nein, das macht Gott. Er hat gesagt, spiel mit deiner Hand. Ich habe gesagt, okay. Okay, los, mach uns ein paar Spitznatz abknallen. Obwohl das hier nicht die Spitznatz sind. Spitznatz. Ich mache jetzt voll können. Ich nicht. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Aber ich kann mittlerweile COD besser, Leute. Ich bin, ich bin ein Skiller. Ja, weil ich eben MV3. Mein Kontroll ist aus. Geil. Geil. Wisst ihr, dass das absolut behindert ist, wenn der Kontroll aus ist? Ich fühle mich gerade awesome, weil ich einen Kill habe. Ah ja, und Leute, ich bin besser in zu dir geworden, weil ich jetzt MV2 habe. Ah, ich bin gerade ein Klack. Nein, was? Oh, habe ich überhört. Ich bin inkompetent. Sehr gut. Wir haben verloren. Sehr gut. Wir haben verloren. Geil. Drück mal einmal Xbox. Geil. Sehr gut. Ah, zwei Batterie. Ja, ideal hier. Zwei Batterie, das war voll deutsch. Zwei Batterie Balken, habe ich gesagt. Achso, ich habe nur zwei Batterie gehört. Okay, nein, das ist echt nicht gut. schon wieder aus. Und jetzt ist er an und jetzt kann ich mich erst bewegen. Okay, gut. Jetzt ist er wieder aus. Er glaubt, der hat einen Wackler. Dann wirklich bewege deine Hände nicht. gar nicht, dass er das nicht mehr war. wirklich. wirklich. echt? 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 Warte, unterhalte du mal die Leute, ich hole schnell neue Batterien. Na, stell dir keinen Affen vor, der rumhüpft und jongliert. Seid ihr unterhalten? Sehr gut. Ich finde Affen, die rumhüpfen und jongliert, sehr unterhaltsam. Auch wenn es Zierquälerei ist, außer der Affe will das, dann nicht. Aber ich glaube, kein Affe will rumhüpfen und jonglieren. Vielleicht merkt ihr, dass ich gerade einfach nur Bullshit rede. Vielleicht aber auch nicht. Hatte diese Frage einen tieferen Sinn? Oder hatte sie es nicht? Diese erfahrt ihr in der nächsten Folge von Ghosts. Okay, jetzt ganz seriös. Das war gerade alles Bullshit, was ich gelabert hat und ignoriert es einfach. Ach, ich versuche meinen Controller gerade wieder einzuschalten und es hat geklappt. Endlich, halleluja. Sehr gut. Da ist schon mal keiner. Theoretisch. Ich kenne mich hier im Ghosts nicht ganz so aus, also, wenn ich die totalen Noobwege gehe, dann, pfff, dann flammt mich einfach in den Kommentaren zu mir, geil. Ich vertrag Kritik, manchmal. Ich vertrag Kritik manchmal. Ach komm, das war doch Nubig. Mein Backup. Hier ist der Batterie. Und ich holge mich auf die Fernbedienung. Sehr gut. Das ist immer gut. Ich habe irgendwie drei Leute geheilt. Also irgendwie so, pfff, zwei sind noch da, je nachdem. Ich denke mal, die Bots haben auch zwei weg gesnackt. Also müssen noch zwei da sein. Das ist sowas von... Einer war vor mir und einer hinter mir. Fakt. Ich bin inkompetent. Ich bin ein Glücksbär hier. Wurde ich gar nicht. Zähl, jetzt weißt du es. Nee. Alter, ich bin voll auf Battlefield. Jetzt kommen die ausreden. Halt euch, zieh nicht mehr durch. Ich tue immer nur noch Einzelschlüsse machen. Der Controller schaltet sich immer noch aus. Und jetzt geht er nicht mal mehr an. Okay, dann weiß ich, was jetzt ist. Warte. Rumwerkeln. Ist gerade nicht so interessant, aber... Muss gerade sein. Und dann möglichst ruhig halten. Ja, genau. Ich halte einen umeinander wie noch mal was. Ich gehe immer sanft mit dem Controller nun. Drei Minuten später, er fliegt gegen die Wand. Ich kann nichts mehr. Ich bin COD-Inkompetent geworden. Gewonnen. Gewonnen. Das musste sein. Das war mir das gerade klar. Das musste sein. So Kommentare darfst du nicht abgeben. Wenn du keine Kritik hören willst. Ich dachte, dass ich bin Noob. Das ist gut. das ist französisch für gabel glücker und leute für französisch für florian das leute macht den unterschied leucato leuptung 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 französisch ist schon eine komische Sprache und franzosen sind komisch in COD hast du schon richtig gehört vermutlich rede ich zu leise ist mir aber voll smergol ja was denn, rede ich wirklich zu leise? nein spinn hast du nicht eine, zwei auch? nix an meine schnorren das männlichste getränk überhaupt kaffee sonne kaffee sonne vor allem du ja ah ich habe auch einen Hund erst mal ein Set kommen hab keine mehr, hab davor schon ein B Set kommen was 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 war das? kein Befehl ach teapacken darfst du den nächsten falls ich den nächsten überhaupt ausschalte nur so nebenbei die sind ungefähr bei B sehr gut eigentlich wollte ich ja A sagen aber in dem Moment legen sie bei B die ich hatte recht hm da leben noch zwei demütigen ich kann das nicht auf mir sitzen lassen dass du besser besser als ich war ich in mp2 auch schon drei viermal Set kommen oh Set kommen die gehen zum B weltbefehl erreichen sie zwei abschüssige Dux also das heißt nichts anderes als ich das duft gehen muss und dass ich sterben muss du stirbst genau genommen nicht hattest du jetzt Glück ah du bespannst du nur die umkleiden was tue ich? ja wegen die da wo du jetzt ähm Ende so hingeguckt hast aber so Kabinen Schränke wie bei so umkleiden ich hab'n ich hab'n it's a maniac 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 dann ich hab'n ich hab'n es ich hab'n aber ich hab'n angelogen lügen tut man nicht tut ich mag dieses wort tut ein ton tut getötet tun also ich hab ja mein zugleich gefühl dass hier noch ein lieb also mindestens einer ja bei a und ich bin inkompetent weil ich unbedingt jemanden mit der zweiten mit der zweite waffe kennen wollte der kommt dir entgegen habe ich doch gesagt sehr gut jetzt hast du übersteuert davor hört man sich die ganze zeit kommen und dann übersteuert gleich set kommen erst mal schießen und nix treffen dabei alter jetzt sind wir alle überrannt worden alter ich nehm immer den stellen weg und werd immer wieder gekillt dann versuche ich jetzt einen anderen zu nehmen dann werde ich aber wieder gekillt nee na ich weiß was ich jetzt mach nein doch das ist einer der die selbe idee wie ich die sind bei a und ich bin gleich tot ich habe ein soll ich legen mir egal ich lege regeneriert man sich als mani nicht nicht dass ich wüsste sonst wäre er voll op ich bin so tot ich bin immer noch ich bin immer toter toter toten tun bin ich eine frau kann sein ok creepy warte den nicht danach der hat ne mani gemessert hab ich den karl ja der hat mich gemessert nein loll reife leistung ne mani gemessert ja gut ich war schon der wahrscheinlich sowieso nur noch einen schuss ausgehalten der kann mann gerade war komplettes ruhe wegen konzentration und von 3 das ist doch eine lang gelaufen macht es ich bin so blöd ich hab den nicht gesehen m schlecht bäst du auch wenn ich viel schlechter bin als du aber du bist schlecht dann bist du halt schlechter ich bin halt an hand zu gewöhnt ausreden zählen hier nicht wie gut gib mir die hand zu nein du weißt dass ich dann besser bin du bist ohne hand schon normalerweise besser aber nein niemals wo ich bin ich denn die sind alle wirklich alle bei a und ich bin richtig inkompetent da ich bin sagt nichts dazu weil wenn ich sag du bist inkompetent dann verliere ich gleich wieder drauf und dann ja sieht man mal wer inkompetent ist jetzt in der Aufnahme was ein krasser rasser 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 ich glaube ach ne es lebt keiner mehr gut ich liebe das mit der Waffe einfach Boden mettern Boden zu mettern hilft immer mit Sicherheit ja bürgst du auch dafür ich aber immer doch natürlich ich glaube ich raste jetzt dann aus da 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 oh yeah fuck off aua oh oh wieso hast du so viel Glück weil ich es kann oh ich sollte vielleicht entschärfen mhm äh geht das ins Auge nein ich muss einfach schießen das ist so ich weiß nicht das ist so ein fetisch wieso hast du so viel mehr Munition als ich weil ich gut bin dann wirst du das endlich akzeptieren Alter jetzt hast du schon glaubt zu holen eigentlich ja nicht ich möchte neun Kills machen tue dir einfach das gegnerische Team zweimal mal aufs Handy gucken nix wichtiges nix wichtiges nur irgendwie sieben Nachrichten oder so weiter jetzt dann wieso wurscht ich das das jetzt passiert wieso wurscht ich das das jetzt passiert dann bin ich schlecht und die anderen schon gut das geht nicht seit komm oh ja seit kommenden aber mir egal ob du mich überholst oder nicht ich weiß dass ich schlecht bin das musst du mich nicht bestätigen das das ist das 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 ja ja oh nein wow fuck ach bullshit jetzt los Eckberg du blöder spaß wir hätten ohnehin verloren naja weiter ich wollte den noch killen alter richtig in den Kopf richtig hinein zu fräsen ja, Seitenwechsel ist immer gut als Angreifer bin ich besser ich nicht was nein nein echt perfekten Laufmann oh, ich hab noch ne Fett, komm ich bin so blöd, alter jetzt verkack ich keine Widerrede in den letzten paar Runden obwohl ich immer noch nein nein ich glaub nicht, dass ich noch oben bleibe sag das mal 5 kills brauchst du noch um meine kills halt einzuholen du hast halt ein paar Tote mehr 4 von den Punkten her bräuchtest du noch um die ja auch 300 330 kann das sein ich weiß nicht, bin schlecht in Mathe obwohl das eigentlich nichts mit Mathe zu tun hat das ist naja gut das ist einfach nur logisches Rechnen hier also einfachstes Rechnen, sagen wir mal so plus minus plus minus Komma Strich fertig ist das keine Ahnung Gesicht irgendwie sowas gab's doch mal keine Ahnung Punkt, Punkt, Komma, Strich fertig ist das keine Ahnung Gesicht eine ist noch da ja ich weiß Miau ist merkwoll oh Gott, bin ich gut wegen deiner Sitcom die hat dir dein Leben gerettet oh ja will ich nicht mehr wieder sprechen ja das dürftest du noch reißen eigentlich kann sein, muss nicht wow dat war können das ist gut ich bin das ist nicht mehr ich bin Wieso war mir erst klar, dass sobald ich mich bewege, jemand kommt? Nur gut, dass du ein Radar gibst. Ohne das hätte ich den nicht gesehen. Zwei Kills noch. Ich krieg das noch. Ich muss nur dafür sorgen, dass du keine Kills kriegst. Einen hab ich schonmal. Hab ihn. Ich hab's nicht mehr geschafft. Es sei denn, jetzt stirbst du auch noch. Und dann noch der Eckberg. Was sowieso bester Name ist. Ich glaub nicht, dass das passieren wird. Ich krieg das. Ich krieg das. Nein! Wir haben gewonnen. Nein! Alter, ein Schuss! Und auch noch aus der Hüfte. Heul. Das war Skill. Das war Skill. Das war Skill. Heul. Ja, Leute, ich glaube, Flo ist nicht mehr in der Lage, eine anständige Verabschiedung zu machen, weil ich besser bin als er. Fick dich, du bist nicht besser, du hast einfach nur Glück. Also, ciao. Du bist inkompetent. Sag mir das. Sag mir das.